Bei vielen, die zurückkehren, gerade beim Auto, werden wir an den drei großen Strecken Walzerberg, Pocking und Kiefersfelden in der Nähe der Grenze Teststationen aufbauen, sodass sich jeder dort testen kann. Es war die große Testoffensive für Urlaubsrückkehrer von Bayerns Krisenmanager Markus Söder. An Bayerns Grenzen wird Deutschland vor Corona geschützt, so Söders Botschaft. Bayern voran. Andere Bundesländer sollten dem guten Beispiel folgen, so Söder vor nur zwei Wochen. Nun aber aus dem Vorbild Bayern wird das Corona-Pannenland Bayern. Was genau ist passiert? Nach Massentests an Autobahnen gab es Schlampereien. Knapp 1000 Infizierte wussten lange nichts davon, dass sie krank sind. Mehr als eine Woche warteten die Betroffenen vergeblich auf eine Nachricht. Das Problem, die Formulare wurden häufig mit Bleistift ausgefüllt und das führte zu großen Verzögerungen. Mittwochabend twittert Söder, Fehler bei Corona-Testzentren, das ist sehr, sehr ärgerlich. Das muss sofort behoben werden und darf nicht mehr passieren. Alle Strukturen sind umgehend zu überprüfen. Mehr als 40.000 Testergebnisse wurden nicht rechtzeitig zugestellt. In Panik schiebt die bayerische Regierung die Schuld zunächst dem Roten Kreuz zu. Doch die Organisation ist sauer. Man bedauere, dass der äußerst kurzfristige und schweißtreibende Einsatz der Ehrenamtlichen aller bayerischen Hilfsorganisationen in ein negatives Licht gerückt wird und Unsere Verantwortlichen vor Ort haben sofort darauf hingewiesen, ob ein digitales System für so ein großes Projekt mit zur Verfügung steht. Zu dem Zeitpunkt, als Ende Juli, Anfang Augustis gestartet worden ist, stand kein digitales System eben für diese Erfassungen dezentral zur Verfügung. Es ist ein Desaster für Gesundheitsministerin Melanie Hummel und eine Blamage für den Ministerpräsidenten, der für sein Krisenmanagement bislang viel Lob erhielt. Am Donnerstagmittag dann Krisensitzung mit dem bayerischen Kabinett, Pressekonferenzen werden angesetzt, dann wieder abgeblasen. Zentrale Frage, muss Gesundheitsministerin Hummel zurücktreten? Am Nachmittag dann Markus Söder und Melanie Hummel gemeinsam bei einer Pressekonferenz. Es tut der gesamten Staatsregierung leid, dass diese Fehler passiert sind, der Ministerin, aber mir auch ganz persönlich. Melanie Hummel hat mir den Rücktritt angeboten, zweimal. Ich habe sie dann vor allem gefragt, ob sie sich weiter zutraut, diese Aufgabe zu erfüllen, ob sie will und kann. Sie hat in beiden Fällen gesagt, ja, sie will diese Schatte auswetzen und sie will das auch jetzt schaffen. Für mich ist klar, das ist ein Fehler und es ist kein kleiner, sondern auch ein schwerer. Bis zum Donnerstagnachmittag habe man bereits viele Betroffene informieren können. Doch während der Pressekonferenz sind noch immer mehr als 100 Positivbefunde offen.